Yo, servus meine lieben Kinder, heute mache ich extra für euch ein Rap-Video, aber zuerst das Intro. Hey, dir ist das Wetter zu lästig, zu unangenehm und zu heiß? Dann geh los und hol dir mit deinen Freunden ein veganes Eis. Sei nett zu allen Tieren und du den Tieren nicht mehr weh und mach mit bei der veganen, friedlichen und freundlichen Armee. Du kannst als Veganer so viel essen und die Tiere, die können ihre Schmerzen vergessen. Veganer ist gesund, ausgewogen, vielseitig und tut gut, also probier es gleich mal aus und habe Mut. Hey, die Tiere wollen deine Freunde sein, also schließe sie in dein Herz mit ein und sagst du Fleisch, Fisch, Milch, Milchprodukte und Eier einfach Nein. Als Veganer kannst du so viel essen, zum Beispiel Gemüse, Obst, Bülsenfrüchte, Samen, Kirne, Nüsse, Seitan, Tofu, Tempel und Linsen. Vielleicht musst du erst grinsen, von mir aus auch. Esse vegan, sind sauer, nur bitte tu den Tieren kein Auer. Hey, werde du ein kleiner Held und rette dich, rette mich und unsere ganze Welt. Ob du jetzt ein Mädchen bist oder ein Junge, ist völlig egal. Du werde endlich gut, super und sozial. Tiere wollen deine Freunde sein, also schließe sie in dein Herz mit ein und sag zu Fleisch, Fisch, Milch, Milchprodukte und Eier einfach Nein. Nein, coole Kinder tun auch nicht fliegen, sie besucht Gnadenhöfe, also Lebenshöfe und streichelt Ziegen. Willst du ein cooles Kind sein? Besucht Gnadenhöfe und streichelt Ziegen. Tiere wollen deine Freunde sein, also schließe sie in dein Herz mit ein und sag zu tierischen Produkten, die dich auch noch krank machen, einfach Nein. !